Und in Rom begrüße ich jetzt unseren Griechenland-Korrespondenten Michael Schramm. Herr Schramm, die Europäer und vor allen Dingen die Griechen wollten oder sollten dieses Lager Moria ja längst geräumt haben. Woran hakt es? Da hakt es an vielen. Griechenland tut sich natürlich schwer, weil es fehlt an Geld. Auf dem Festland gibt es inzwischen durchaus starke Abwehrkräfte der Zivilbevölkerung. Man will dort keine alternativen Lager haben. Zudem wollte man lange Zeit, das war die erklärte Politik, die Asylverfahren ausdrücklich auf den Inseln abwickeln. Und dadurch ist insgesamt eine Situation entstanden, wie wir sie jetzt antreffen. Die ist auch nicht ganz neu. Die ist schon seit einigen Monaten mit diesen völlig überfüllten Lagern. Europa, das muss man aller Härte sagen, hat zeitweilig auch ein Stück weit weggesehen. Und jetzt aber kommt das Problem, dass in diesen Lagern natürlich jederzeit Corona ausbrechen kann. Im Moment aktuell ist in einem Lager nördlich von Athen bereits Corona ausgebrochen. Das steht jetzt unter Quarantäne und man wagt sich kaum auszumalen, was passieren würde, wenn das auch auf den Inseln der Fall wäre. Dann ist es wirklich, wie im Beitrag ja gerade gezeigt, schlicht und möglich hier die Grundregel von Corona-Abwehr zu bewahren, sprich Hygiene zu bewahren und Abstand zu halten. Aber da schließt sich natürlich direkt die Frage an, gibt es denn überhaupt einen Plan B? Das scheint ja nahezu alternativlos, wenn ein Lager wie Moria für 3.000 ausgelegt ist, 20.000 sind da. Hat die Regierung irgendeine Idee, was sie stattdessen tun könnte? Also so einen klaren Generalplan gibt es nicht. Man fängt jetzt an, wohl aufgeschreckt durch den Corona-Fall in dem Lager nördlich von Athen, langsam bestimmte Risikogruppen wegzubringen. Gestern wurden 160 Personen, überwiegend ältere Flüchtlinge, aus dem Lager Moria weggebracht aufs Festland. Es sollte jetzt so weitergehen. Also man will jene, die so 60 plus sind, wohl nach und nach abholen. Es bleibt aber trotzdem ein wahnsinniges Risiko. Man kann sich das hier ausmalen, wenn ein Lager, das für 3.000 Menschen ausgelegt ist, von 20.000 Menschen lebt und bewohnt wird, dass dort natürlich weder Hygiene, noch Abstand, noch irgendwas möglich ist. Die medizinische Versorgung ist nebenbei auch alles andere als gut dort. Also da ist wirklich Hochrisiko. Immerhin 1.600 Kinder, darauf hatte man sich ja geeinigt. Und vor allen Dingen Alleinreisende sollten ausgeflogen werden in acht europäische Staaten. Auch das sollte längst geschehen sein. Was ist da passiert? Warum passiert es nicht wirklich? Warum wird da nicht vollzogen? Da scheinen die europäischen Mühlen langsam zu malen. Es gibt ja die Erklärung von sieben EU-Staaten, dass sie eben bereit sind, jene 1.600 unbegleiteten Jugendliche aufzunehmen. Da hat man sich zunächst über die Quote gestritten, über die genauen Verfahren und so weiter. Jetzt soll es nächste Woche tatsächlich losgehen. Aber jetzt beginnt natürlich auch die Sorge einzusetzen, ja was, wenn da unter Umständen Infizierte drunter sind. Also jetzt kommt diese Sorge, Matthias, möglicherweise den letzten vernünftigen, den letzten sicheren Zeitpunkt verpasst. Jetzt wird es auch gefährlicher, diese Kinder abzunehmen. Wobei ich glaube, es wird trotzdem, oder ich hoffe zumindest, es wird trotzdem stattfinden. Überallem schwebt immer noch der Flüchtlingspakt mit der Türkei. Wie ist da in dieser Situation rund um Corona der Druck von türkischer Seite? Da muss man im Moment sagen, dass die Sachlage sich entzerrt hat. Die türkische Regierung hat ja viele Flüchtlinge regelrecht an die Grenze verbracht, um da entsprechenden Druck aufzubauen vor gut einem Monat. Das hat die griechische Seite massiv abgewährt. Man hat sogar das Asylrecht ausgesetzt, um alle Leute wirklich zurückschieben zu können, alle Migranten. Das Asylrecht ist inzwischen wieder eingesetzt. Das war ja sehr, sehr umstritten, diese Aussetzung seitens der griechischen Regierung des Asylrechts, weil es ja ein europäisches Grundrecht ist. Inzwischen muss man auch sagen, dass es kaum mehr Flüchtlinge vor der griechischen Grenze gibt im Ephros-Gebiet. Und auch die Zahl derer, die aktuell auf die Inseln kommen, ist relativ gering. Also dort ist eine gewisse zeitweilige Ruhe eingekehrt. Was aber nicht heißt, dass das auf Dauer so bleibt. Wenn Corona da ist, ist es da. Und deshalb ist sozusagen der weitere Zuzug gar nicht vonnöten. Jetzt blicken wir zum Schluss bitte noch eine Sekunde auf Italien und die Situation dort. Es gibt in der Europäischen Union ja heftigen Streit, zum Beispiel über das Thema Euro-Bonds oder wie überhaupt den Südeuropäern geholfen werden kann. Wie groß ist die Frustration oder eben auch der Ärger beispielsweise auch auf Deutschland? Also der ist sehr groß. Das kann man immer wieder sehen. Man wird auch ab und an angesprochen, wenn die Leute mitbekommen, dass man eben deutscher Staatsbürger ist. Die Stimmung hat hier wirklich eine gewisse Zuspitzung erfahren. Und da ist eben natürlich auch eine gewisse politische Agitation der rechten Seite im Lande immer auch dabei gewesen. Denn dort war immer die Botschaft. Damals ging es um Euro-Bond. Heute geht es um Corona-Bonds. Und es war immer die Botschaft, wenn die Europäer da nicht mitmachen, verweigern sie Hilfe. Und jetzt ist natürlich die Position der Nordeuropäer. Na gut, wir leisten auf andere Weise Hilfe. Wir wollen eben nur genau diese Bonds nicht, weil sie eben Schuldenvergemeinschaftung bedeuten könnten. Aber das kommt hier in Italien nicht gut an. Und die Ängste, dass eben Europa sich hier nicht solidarisch zeigt, sind groß. Man muss auch dazu sagen, dass die Hilfe, die jetzt im Fall von Corona aus dem Ausland kam, publikumswirksam erst aus China und Russland kam. Dass Deutschland auch Corona-Erkrankte abnimmt, ist relativ untergegangen, spricht sich jetzt langsam um. Aber da ist eine angespannte Stimmung, die sicherlich auch zum Teil mit schlechter Kommunikation zu tun hat. Und mit der Tatsache, dass eben eine Meinung sich zugespitzt hat auf diese Frage Corona-Bonds oder eben nicht. Ich sage herzlichen Dank, Michael Schramm, für die frischen Eindrücke. Danke auch.